Ja, guten Morgen, da sind wir wieder. Wir probieren mal ein wenig weiter zu kommen, nachdem Martin dann hier mittlerweile, ja, hier alles aufgemacht hat, aber nichts auf Seite geschafft hat. Ein bisschen was. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da. Was haben wir denn hier alles? Hups, ne, da sind wir. Ach komm, ich mach jetzt erstmal die Befreiungsmission. Was ist los? Oh, feine Wauwau. Okay, Martin sagt, wir sollen spielen. Sieben, ach. Was ist angefahren? Jetzt reicht es hier. Schluss, aus, Nikolaus, jetzt brechen wir euch wirklichen Gedanken. Wo kommen die alle her? Weiß ich nicht. Das schießt gleich einer. Der will was von mir. Der wartet auf mich. Der wartet jetzt erstmal schön auf mich. Lalalala. Ach ja. Jetzt kommt das ja wieder. Lalalala. 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 Ein Gockelhuhn. Ein Gockelhuhn. Ein Gockelhuhn. Ja, ich wohn ja noch jede Menge Geld. Du warst gerade inkognito, ne? Ja. Also irgendwie ist das bei, äh, in New York ziemlich extrem mit... Mit Soldaten. Ja. Ja, guck dir mal an, auf dem, auf dem Radar, wie viele da stehen. Ja. Wer überfiegt das? Da stehen noch hunderttausend an jeder Ecke rum. Hab ich nie getroffen? Was ich mal hier heißt, ist es verschwiegen. Hallo, I, du bist auf allem und jedem. Bitte, tüte mich nicht. Nein? Okay. Tja, das war's. Dann wird ihn. Warte. Doch, erst kurz. Warte, ich wollte mal draufhauen. Aber du gibst mir wenigstens noch dein Taschengeld. So. Aber die nächste. Oh, du Scheiße, ist das viel. Äh, Entschuldigung. What are you doing? Bam, 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 bam. Du wirst so elendig draufgehen, so wie ich. Du wirst so draufgehen. Oh, der ist ein eigener Mann, hast du das gerade gesehen. So, noch einen. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Jetzt reicht's. Ab in den Grab mit dir, wo du hingehörst. Du auch. Halt die Klappe. Ich seh nichts, ich schau jetzt einfach drauf los. Was ist denn? Ja, hab ich auch. Was ist denn jetzt? Hallo? Achso, die Decken vom Reiß. Infizierte. Ja, ja, das sind hunderttausend Dinger. Man muss da sehr, sehr viel machen. Ja, ja, ich mach hier jetzt. Da muss man mehr machen als in Boston. Ja, das ist viel. Und das, was du machst, hält nur auf. Weiß ich. Ja, aber egal. Also, wenn jemand 150.000 Dinger haben, dann ist er den noch mal drauf. Also, wenn irgendeiner das LP in die Länge zieht, dann ist es Ette hier. So, das haben wir auch. Melli, die Seiten, die kann den Martin sich holen. Ach, naja. Ach, die da sind ja schön. Dann haben wir die ganzen Befreiungsaktionen hier. Ja, mach ich doch. Bluchratze? Ja, irgendwie sowas. Äh, bin ich vorbeigelaufen? Der Adobe Flash Player ist wieder abgestürzt. Oh, siehst du das? Ah! Achso. Äh, was muss ich denn hier machen? Der ist doch gar nicht hier, oder? Nein. Usch, usch, usch. Uschi mit der. Uschi, uschi. Uschi mit der. Was reimt sich auf Uschi? Ohne? Uschi mit der. Lass du noch einmal Mischling zu mir, reiß ich dir die Eier ab, stoppst du dir in das Maul? Mischling? Ja, hat der gerade gesagt, hau ab du Mischling. Weiß ich dir nicht mehr, das ist einfach mal Mischling. Heu, hau, hau, hau. Ha, hau. Heu, hau, hau, hau. Heu, hau. Äh, da reiß ich dir die Eier ab, ey? Dreck ich ja Mischling. Dreck ich ja Mischling. Dreck ich ja Mischling. Heu, hau. Heu, hau. Heu, hau. Huu. mit den mit den eiern weil die meisten eier sammeln das hat er nie gesagt doch schreit er die ganze lösung ich bin nicht schwer da ist denn eine mummel gehst du jetzt mal rum danke scheiß auf den restplatz hast du die klappe du da kannst du jetzt nur noch einen ja ich weiß dass ich mag es aber nicht die krankenhunde eins und drei nächste die nächste damit er selber näher die dieselbe damit der nächste ja das klingt irgendwie schweinisch was ich hier machen kranke zivilisten ach ja die muss ich irgendwo hinschlürt bin froh dass du das machst mich hat das genervt ich nervt das auch aber irgendeiner muss es ja mal der martin der ist wieder da nach weiß was ich gestern hatte bei black flag in ähm nasslau glaube ich oder den Ihr seid wenigstens kein Unmensch, wie die meisten hier. Ja, ja. Äh... Es sind zu viele von denen. Aber wie heißt denn noch mal die eine Insel? Alle, die im uns sind, sind bereits geflohen. Freitag. Wofür bist du? Ja, nicht kaum. Macht weiter mit dem, was hier ist. Es gibt zu viele Inseln. Wenn wir beide uns darum kümmern, kriegen wir diese Epidemie vielleicht in den Griff. Ach, du bist hier einfach mal die Seite. Ich werde jetzt diesen ersten Helden. Kommt zu mir, wenn ihr meint, dass ihr fertig seid. Vielleicht fällt uns noch was ein. Ach so. Ich komm nicht auf die... Warte mal. Ich bin auch jetzt grad sogar so in der Nähe von irgendeinem hier. Machen wir erst die... Ah! Da ist noch... ...den Becher. Den hatte ich ja ganz vergessen. Jetzt zu nehmen. Warum kommt dir das zu mir? Ach, dann hau doch mal ab da! Ja! So. Ach, nicht Kreta. Kreta ist ja auch ganz woanders. Äh... Mesa, kannst du mir helfen? Nein. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich hoffe für mein Sohn, dass ich überlebe. Da komm ich nicht hoch. Scheiße. Ich muss an den Soldaten vorbei. Da hab ich mich gefreut. Du kommst gar nicht mehr durch! Doch, ja. Hier. Jetzt kann ich durchkommen. Ja. Aber ich komme ja nicht dran vorbei. Ich riskier's nicht. Ich komm nicht auf den Namen, ne? Von der Insel. Ich auch nicht. Ach komm, ich muss euch erstmal hier erledigen. Ey! Hey! Brauchst du mal zählen? Wieso brauchst du nicht? Auf der einen Insel, wo du auch die zwei Lagerhäuser zu plündern sind. Äh, wo da eine Beobachtung, äh, Aussichtspunkt, äh, auf einer Mühle ist. Mit Mühle. Ach, äh, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich komm nicht auf den Namen, ne? Wie heißt die Insel? Nicht Nassau. Das war nicht Nassau. Kingston? Kingston, genau. Die hab ich ja in dieser Nacht auch synchronisiert, ne? Naja, weil ja Unity Media mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat wegen Internet. Ach nee, kann ich gar nicht. Muss ja ausruhen. Und ich hatte genau dasselbe Problem gehabt wie du damals. Was ich hier mag, dir die Fresse einschlag. Idiot. Mann. Blöd, Mann. Ne, da hatte ich ja genau dasselbe Problem gehabt wie du damals. Die eine Kneipe da. Ah, ja, die ist immer. Das ist immer schwer. Das ist Glückssache. Wenn du nicht weißt, ist, ich jetzt hier hatte ich die auch wieder. Ja. Ja, komm, bewegt dich mal. Ach so, ich kann ja laufen. Ah, den nächsten da drauf. Oder auch nicht. Kann ich richtig drauflegen? Ja. Ne, du sollst die ja gar nicht da hinbringen. Wo denn denn? Wo soll ich den denn sonst hinbringen? Zum Doktor. Wo anders denn? Ne, da muss ich... Ups. Boah, ich hasse das. What are you doing? Weiß ich auch noch nicht. Da, wo der... Da. Ach, auf die Matze dann halt. Boah, was sind das Korinthenkacker, ey. Mathe ist Mathe. Obwohl, ich kann erstmal den hier nehmen. Da musste ich doch tatsächlich mir meinen LP angucken. Um zu erfahren, wo die scheiß Kneipe ist, ne? Ja, lecker. Na, ich weiß, in der mittleren Zone irgendwo immer da irgendwas. Ne, ziemlich... Ziemlich außen. Ziemlich außen. Ziemlich außen. Was ist das hier? Ein Hund. Ach, den Hund. Aber nicht weinen, ne? Fast. Ich hasse das Ding hier. Was? Mit der... Mit der Karte, wenn ich hier scrollen will und das andere geht auf. Obwohl, da komme ich ja schon hin. Unbekanntes Gebiet. Obwohl, ich bin ja inkognito. Mir dürfte ja jetzt nichts passieren, ne? Weiß? Ich bin doch inkognito. Was ist denn hier? Ach, da muss ich wieder verbrennen. Äh, warte mal was. Du warst inkognito. Jetzt hast du wieder zwei. Unser ist jetzt drei. Guck mal, wie viele hier sind. Hast du aber Schwein gehabt jetzt. Bin in den reingelaufen. Ich hab den Streit nicht angefangen, wie du weißt. Diesmal war ich's nicht. Doch, Sahuma, jetzt ist aber Schluss hier. Meine Ohren. Komm, du. Lutscher. Ja, Freunde, jetzt zieht der den Muschel mal in Aktion. Massaker. 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 Und das ist noch harmlos. Nein, ich bin ganz lieb, Kinders. Das ist harmlos noch. Das macht mich nicht so schlecht, wie ich nicht bin. Mach mich nicht noch schlechter, als ich bin. Nein, mach mich nicht so schlecht, wie ich bin. Ja, wie auch immer. Ach, leg mich doch in der Kiste. Ich will jetzt nicht mehr weiter räubern. Martin schimpft sonst. Decken verbrennen. Ja, ja, ja. Schmeiß drauf. So, nächste. Ach das. Das kann der Martin machen, so. Was sind das denn nochmal für Zeichen hier? Hier muss irgendwas sein. Ich nicht Ahnung haben. Hier ist nix. Hm. Man sieht ja das Ding hier. Das Symbol da drunter unter mir. Ja. Wollen wir mal, ist das ein anderes Zeichen? Wo ist das? Ach, so ein Lager. Okay. Der Typ. Ja, okay. So, Entschuldigung, Kinders. Ich will auch eine Antwort. Ich will auch eine Antwort. So muss ich jetzt wieder da hinten zum Arzt bringen, ne? Dann geh ich hier aus drauf. Da hinten sind mir zu viele von den Viechern gewesen. Von den Viechern. Posten, 1779. Ich hab übrigens mal drauf geachtet, ähm, Black Flag spielt im Jahre 1717. Okay. Aber vom Jahrgang her könnte das passen. So, 3 von 3. Das haben wir schon mal. Jetzt haben wir uns. Du musst die Schlöster knacken, ne? Ja, ich mach das doch gar nicht. Ich hab da keine Probleme mit. Ich hab dafür keine Geduld. Mir ist das so egal. Tritratrolala. Das ist noch genügend, Alter. Hallo? Das ist noch genügend, Alter. Das ist noch genügend, Alter. Du kommst nicht da, wo war. Achso. Weil da ein Typ sitzt. Schlawine, du! Ich weiß, dass die da ist, aber ich muss jetzt erstmal hier rum, weil... Ich hab keine Lust, mich die schon wieder... ...zuklappen. Viel Spaß! Jetzt fängt der hier an zu Summen an. Ey, soll ich mich doch mal dämlich drehen? 1250. Wenn die hier holen, dann mach ich's richtig. Sieh, 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 sieh. Ey, falsche Richtung. Ach, Leute. Das ist doch immer so spaßig hier mit dem. Da ist ja noch was direkt. Befreiungsmission. Na, dann nimm mal die direkt mit. 20 Meter. Wie soll ich denn da befreien? Und erledigen. Sorry. Ach, hör auf zu bimmeln. Ich glaub hier sogar so keiner wird. Befreiungsmission hier unten weitermachen. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. So, wo ist der Nächste? Hoho, jetzt hast du aber fast an den Nacken. Den Mann, den ich Mann, den ich Mann, geh ich nebenan. Der kann doch nichts. Also was, der kann doch nichts. Verstanden Sie mir das noch ein paar davon, ja? Hika, mach dich doch mal dünn hier. Du wirst sterben. Kommt doch, kommt doch. Hey, bam, 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 bam. Ich muss doch, glaube ich, mal was anderes machen. Warte mal, stopp, wir sind ja jetzt in, wie war das noch? Ne, nicht cool, wie war das hier nochmal? Ne, falsche. Was machst du denn? Wie kann ich die anderen nochmal wechseln? Den Bogen? Ja. 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 So, jetzt kommt ihr ja ihr lieben Leute, hätte ich beinahe gesagt. Wir ganz lieben Leute. Ich wollte zwar nicht da hoch, aber auch egal, ne? Ich wollte hier um Welt herum. Genau, ich bin nicht richtig im Kopf, war ich ein Blöder noch nie. Ich wollte da nicht hoch. Wo ist das komisch? Geht hier mal, mit was ich mich hier rumärge, Albus. Da ist der. Okay. Scheiße. Den kriegst du nicht mehr. Falsche Richtung. Ich werde zu schnell mit dem Springen. Was ist denn hier? Haben sie mich geschickt? Wo warst du denn? Ich weiß, wer die Verräter sind. Sie haben Lissen mit den Anführern der Atioten. Wenn sie sie den Rotrücken übergeben, ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen. Eine Ratte. Ich muss doch jetzt... Verdammt mit E, ne? Glaub ich. Du musst stehlen. Ja, ja. Ja, natürlich. Direkt vor dem Wachen. Direkt vor dem Wachen. Wie ist denn der Diversite? Ich war schon immer. Ich muss mich jetzt veräppeln. Das ist der Spitze, den du aber zustecken wolltest. Den soll sie töten. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Nö, muss ich abhauen. Oder nimm die Fäuste. Tadam, tadadam, 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 tadadam. Zu Lanza! Was? So geht's auch. Zulanzler! Eieieieieieiei! Drei Schuss brauchen... Drei Kuhl brauchen wir einen Schuss! Du hast ja diese... Drei Dinge da... Stimmt, da war ja irgendwas! Alter! Alter Schwede! So, jetzt müssen wir die Mission nachher nochmal machen. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Drei. Wann hat er angefangen? Sieben, oder? Ja, irgendwie so weit, ne, meine ich? Ja, hier bis 37. Ne, 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 ne... Wo mag ich denn so weit? Dies war's! Oh, schau wieder! Lass mich doch an der Kiste! Jetzt komm! Weg mal, ne? Bitte. Oder? Finde einen Weg in Listen durch diese Fälschung zu ersetzen. Dann geht die Rebellion weiter! Ja, machen wir gleich. Äh! Runter vom Gaul! Ich wort noch da! Can you tell me what are you doing? Yes! Die sind weg! Oder Pech! Ja, ich wollte mich aber auf Null machen! Ja! 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 Das ist nur die Frage, wohin, ja? Ich weiß, dass wir die Verräter sind! Sie haben Listen mit dem... Ach ja, jetzt muss ich ja wieder um die Ecke und die stehen ja immer noch da, stimmt! Wenn sie den Rausrücken übergeben ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt nicht! Du musst hier wieder diese Fälschung ersetzen! Leider gibt's ja doch schon heute die Kappe! Martin hat gesagt, ich soll das nicht hier machen vor den... Nein, nicht direkt! Wo sind die denn? Ich bin nicht mehr da! Oh! Schaust du? Hast du es geschafft? Ach, da unten kommen wir vielleicht die anderen Sachen ab und dann her! Huuuuh! Ups! Was? Ist das ein hin und her bei dir? Oh, oh, oh! Von Gewürzchen alles! Ah! Schwubbeli! 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 Schubbeli! Schwubbeli! 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 Ich auch! Wir haben Listen mit dem Namen führender Patrioten zu den Rodrücken! Finde deinen Weg die Listen durch ihre Fälschungen zu ersetzen! Dann geht die Rebellion weiter! schneller diesmal war schnell und jetzt den da noch den letzten dann habe ich es alle drei glaube ich mal ja 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 Die können ja gar nicht dazu, aber egal, die haben wir geschossen. Hey, keine Ohrratzen hier, ja? Futsch! Na! Da ist das wie bei Black-Black. Da ist ein Bumiden und irgendwas passiert. Wenn ich den anderen vorhine. Ohohohoho! Da ist noch ein Dänemark von dem, dann bin ich ganz glatt. Ist mir weg hier. Äh, 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 ja oder doch? Komm, 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 lauf doch mal dahin du! Oh, schuf! Ohhhh! Auferledigt! Oh, jetzt kommen schon wieder die nächsten. Hey, gibt's hier mal irgendwann Ruhe hier? Ach, noch mal, ja? Ach, mein Mutter hat ja heute, äh, äh, Dienst, der Hochzeitstag. Sind jetzt auch schon noch nie aufheiratet. Ach, du da mal genau. Ohohoho! Mein Eid, wie die Zeit rennt! Das sag ich dir. Ach so, ich sollte auch mal rennen, ne? Rennen. Rennen. Aber ich muss noch ein bisschen Geld machen. Ich hab jetzt die ganze Zeit aufs Geld verzichtet. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen mehr nehmen. So! Hier hast du Geld. Hier Leute! Ach, das hat man jetzt auch gesehen. Nein, wollte ich ja nicht. Äh, ne, da will ich jetzt nicht hin. Ich geh jetzt... Hol das eh nur noch 2 Minuten. Dann kann ich die Seite hier noch holen. Ach, da muss ich lang. Gut. Halt die Klappe. Lalalalalala. Lalalalalalala. Und wieder schießen sie dran vorbei. Alles war vorbeischießen. Das soll mir doch nur recht sein. Und tschüss. Weg für mich. Sucht mich doch. Sucht mich doch. Hat er nicht, hast du das gesehen? Ja, genau. Läuft schon. Hat er öfters. Läuft schon. Ja, okay. Das ist nur die Frage, wo du siehst. Ich seh sie nicht, siehst du sie. Wahnsinnig markiert. Wer ist weg? Ist weg, ja. Okay. Hast du das jetzt verstanden? Bestimmt ein Bug. Ja. Der Bug war mal wieder da. Ist ja das nicht gewesen. Nee. Liegt da hinten. Die andere war. Ups. Der wird an hier. Und der geht weiter. Lalalalalalalalalalalalalala. Ach so. Ach so. Jetzt hier wieder runter. Und dann wieder hoch. Ja, hoppala. Genau, zusammen mein Herr. Da ist er. Da ist er. Ich hab's ja. Hello. Willst du jetzt wieder? Ja, ne? Also, Jungs und Mädels. Inke, inke, winke. Bis später. Tschüssi, Kowski. Tschüssi.